Die ganze Zeit. Aber trotzdem danke, dass wir alle weiterkommen sind. Wir haben so einen warmen Tag. Wir sind so sehr gefreut. Deswegen machen wir gleich noch einen Song. Wir würden auch nicht weg. Wir sind später noch um 18.09. Deswegen wäre es cool. Wir haben nicht alte Betracht. Wir haben eine Stunde und wir sind dort. Nur, dass wir alle schriegen und verordnen. Wir unterschreiben alles, was ihr wollt. Und dann ist das so, oder? Ja, genau. Also wir haben einen Tag durchgemüßt. Ich glaube, wir machen gleich von hier nach. Von rechts nach rechts geht das. Nur, dass ihr schon mal geschraubt ist. Okay, dann kommt jetzt unsere andere Serie. Ich glaube, wir haben einen Traum. Das ist immer mehr hier. Okay, viel Spaß.